Bereit zum mitsingen? Auf geht's! Das wird legendär. Und jetzt alle Tartes, ganz genau, Tartes, mitsingen zu Hause, jeder kennt das Lied. Das Spiel ist legendär. Und der Song ist, glaube ich, von der Serie. So, willkommen zu Let's Play. Hoffentlich wird mir das auf YouTube und auf Twitch nicht geclaimt. Disney, Disney's DuckTales Remastered für PC. Auf dem PC spielen wir es. Steam Edition, Steam Spiel. Ich habe es noch nie gespielt. Ich muss leider zugeben, meine Schande. Nie gespielt. Nicht im Original. Noch nicht im November Remastered. Das ist Premiere für mich. Ja, schauen wir mal rein. Vielleicht können wir es für den einen oder anderen vielleicht auch neu. Wie können wir es dann gemeinsam neu erleben? Aber für die einen oder anderen ist das schon alt und kennt schon das Original. Und dann könnt ihr mir beim Neuerleben zugucken. Ja, ich klicke auf ein neues Spiel und wir starten rein in das Arnteur. Auf geht's. Let's Play DuckTales Remastered. Wir spielen auf einfach. Natürlich. Was sonst. Oh nein. Bomben. Noch mehr Bomben. Das sind die Panzerknacker. Ich werde das nicht vorlesen. Ingegenwärts, Herr. Anglische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Hey Duggar, hurry, hurry. Die Pedal kommt zum Medal, Herr McDuck. Oh, wer die Beagle-Jungs wieder? Wenn Sie denken, dass sie zwischen Scrooge McDuck und seinen 3-kubischen Akern von Geld stehen, haben sie noch andere Dinge kommen. Da sind wir drinnen. Mit den Pfeiltasten stellen wir. So springen wir. Da gibt es Geld. Um die Jubiläen einzusammeln. Aka Scrooge! Aka Scrooge hier! Ah, das Tick, Tick, Trick und Track, die im Englischen anders heißen. Ja, aber du besser aufhören, denn du hast die Kinder mit deinem Sicherheitssystem. Aka Batch heißt auf jeden Fall im Englischen Scrooge McDuck. Ja, mein Geld! Hey, nicht vergessen, Aka Scrooge! X oder B für einen Vogelsprung. Und auf der... Ich bin jetzt nicht auf dem Controller! Auf der Tastatur. Mit dem Sprung X oder B. So, ja. Oh nein, nicht das Geld. Und wenn der gewährt, geht's zurück. Auf geht's. Pulverstick aktiviert. Unter wehen. Oh je, das muss noch üben mit dem Pulverstick. So machen wir es. Zehntausende haben wir schon zurück. Oh kacke. Ach so, wir können auch wieder mit dem Stick. Oh, ein Zehntausender. Ach nö, jetzt kommen wir da nicht hoch, oder was? Schade. Wir auf die Kiste springen mussten. Wann sag nachher besiegen. ... ... ... ... Stochschlag, okay. wenn ich auf einen Gegenstand zu drücke, ah ok so machen wir es da kommen wir so rüber hey kid, hast du ein Sandwich oder so etwas? lass mich gehen, du großartige Bum! ich habe einen Schraub nach dem Schraub nach! Big time to trouble me! Geh weg von ihm, du glückliches Geun! Entschuldigung Scrooge, nicht eine Chance! Unter dem Schraub nach dem Schraub nach dem Schraub nach dem Schraub nach oh je du bist ja über 때는 hier ist es bei einem anderen Schraub nach Ja, das habe ich gemacht. Hast du ein Huttler? Jetzt bin ich gut, aber ich sah Louis auf die Stürze mit ca. 1000 Beagle-Boys hinter ihm! Steh hier! Ich werde das handeln! Oh je! Oh oh! Sollte nicht passieren. Zumindest nicht allzu oft. Ab an Zell! Gucken wir mal wieder solche Kristalle einsammeln. Wie hoch hinauf ist hier ein Geldspeicher geht. 10.000er Rubin. Ja, Rubin nicht. Kristall. Ich nenne es mal weiterhin Kristall. Ja komm. Ach, haben wir jetzt verspielt. Verdammt. Alle Schätze können wir dann doch nicht kriegen. Okay, wie genau kommen wir da jetzt ran. Die Zwecke kriegen wir nicht. War das ein 100er? Dann wird der Dritte. Da ist Drack, der Dritte. Der Dritte Ostereo. Der Dritte Ostereo. Oh, kacke. Lassen wir uns nicht lasern. Das habe ich nicht lasern lassen. Die sollten nicht sterben. Sie werden uns nie verletzen, Sprooge. Wuhu! Wir haben uns fast alle getroffen. Das wird uns zu tun, wenn sie es zu meinem Volk machen. So weiter hier. Vielleicht kann ich es. Wir können auch boxen. Schlagen mit dem Stock. Ja gut. Okay, hier gab es einen Save-Point. Wir müssen auf die Lüpfen. Über den Stock Schlag versuchen. Aber das ist natürlich die beste Möglichkeit. Mit einem Pugel-Stick. Pugel-Stick. Das ist auch so eine Relikt der Vergangenheit. Das ist eine Zwerge. Das ist ein Wart. Und das ist ein Wart. Der ist ein Wart. Nein, nein, das ist ein Wart. Bist du weg von mir, Fortun, du kroob? Nein, 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 nicht diese Zeit, McDuck. Ich verstehe schon. Ich muss auf ihn werfen. Stockschlag. Genau so. Und aufwacht seinen Kopf. Lass mich auch immer treffen. So dumm. Okay, den Hunter zerstört. Auf die Rübe. Wie lange hält er es dann noch aus? Oh verdammt. Ich halte es nicht mehr aus. Es sah natürlich wieder bei Null. Auf die Rübe. Ausweichen, verdammt. Und auf die Rübe. Na komm. Verdammt. Warum hat er mich getroffen? Verdammt. Der war schon weg. 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 Aber er ist nicht clever. Und nicht härter. Das ist nicht das letzte, was du von mir sehen kannst. Der war schon weg. Oh ha. Oh ha. Okay, gold. Ja. Was ist das? Ich bin nicht sicher. Aber ich weiß, wie es herausfinden kann. Ich werde es in meine super-computer. Und benutze Gyro's neue Krypto-Analysis Programme. Dann werden wir wissen, was die Beagle-Boys sind nachher. Stand back, lads. Wow. Das ist ein kleines Ding. Wow, das ist ein kleines Ding. Das ist ein kleines Ding. Hey, warte mal. Eine Karte. Das ist ein kleines Ding. Das letzte Schatz kann nicht richtig sein. Ja. Es gibt keine Mountainäne auf der Erde. Es ist so hoch. Well, in der Grunde von der Gugelder Junior Woodchuck. Um da zu kommen, wir hätten wir über 537 Millionen langs langs nachher. Bis zum nächsten Mal. Du sagst die Möne? Ja, die Möne. Die Möne. Die Möne. Das ist gut. Ich kenne das Kapitel natürlich noch nicht, aber... Der Mond ist weg. Können wir uns jetzt aussuchen, womit wir anfangen? Auf nach Amazonas, nach Transsilvanien, afrikanische Minen, die Malaya oder der Mond. Ich würde sagen, wir machen das genau nach der Reihenfolge. Erst zum Amazonas, dann nach Transsilvanien. Afrikanische Minen, dann zum Finale der Mond. Auf Wiedersehen, los C-Map. Bis zum nächsten Mal.